Hallo und herzlich willkommen bei Yggis Kosmos Short Facts. In dieser kurzen Serie innerhalb meines großen Kanals Yggis Kosmos erkläre ich bestimmte Themen kurz und bündig. Heute wird uns beschäftigen, ob die Erde flach oder rund ist. Was scheint wie eine Frage aus dem Mittelalter, beschäftigt heutzutage viele Menschen, vor allem sogenannte Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass die Erde tatsächlich flach ist und dass die runde Erde eine Lüge der NASA und anderer Wissenschaftler ist. Also das ist eine Verschwörungstheorie so ungefähr wie, dass die Mondlammung nicht stattgefunden hat oder dass Chemtrails am Himmel zu sehen sind. Wenn wir die Erde aus dem Weltraum betrachten, dann fällt uns natürlich sofort auf, dass die Erde eine Kugel ist. Verschwörungstheoretiker würden jetzt allerdings an dieser Stelle sagen, dass diese Bilder, die wir ständig von der Erde betrachten, natürlich von Wissenschaftlern aufgenommen wurden, von Weltraumagenturen wie der NASA oder der ESA. Wir haben auch gleich ein erstes Argument für die kugelförmige Erde und zwar die Kugelgestalt als selbst. Gravitative Objekte wie Planeten oder Monde werden sich immer so formen, dass die Gravitation gleichmäßig in ihrer Masse verteilt ist. Mit anderen Worten, die Gravitation wirkt von allen Seiten zum Zentrum der Masse hin gleich. Von oben, von unten, von links, rechts, von vorne und hinten. Sie wirkt überall gleich und schafft so eine kugelförmige Gestalt. In ihrer Gesamterscheinung ist die Erde zwar kugelförmig und rund, aber die wirkliche Masse der Erde ist kartoffelförmig. Das hat man herausgefunden, nachdem Wissenschaftler verschiedene Messungen mit verschiedenen Satelliten gemacht haben und so das Schwerkraftpotenzial der Erde an den unterschiedlichen Orten der Erde herausgefunden haben. Des Weiteren können wir sagen, dass eine scheibenförmige Erde niemals einen Mond haben könnte. Nur weil die Schwerkraft von allen Seiten gleich wirkt, kann es ein Erde-Mond-System überhaupt geben, so dass der Mond immer von der Erde angezogen wird, und zwar von der kugelförmigen Erde. Eine scheibenförmige Erde hätte dabei ein ganz anderes Schwerkraftfeld. Dieses Argument können wir auch auf das Sonnensystem anwenden. Wenn wir schauen, wie das Sonnensystem funktioniert, dann wäre es unlogisch, wenn die Planeten scheibenförmig werden. Eine scheibenförmige Erde würde nämlich voraussetzen, dass es auch scheibenförmige Planeten wie Merkur, Mars, Venus oder Jupiter gibt. Das ist aber nicht so. Das haben wir durch Satellitenbeobachtungen, durch Teleskopbeobachtungen und weitere Analysen herausgefunden. Vor allem aber würde ein Sonnensystem mit scheibenförmigen Objekten gar nicht so stabil sein wie das unsrige. Gravitation ist das eine ultimative Argument für die kugelförmige Erde. Ein anderes Argument ist zum Beispiel, wenn jetzt Schiffe den Hafen verlassen und zum Beispiel von Europa nach Amerika fahren, dann müssen sie eine gewisse Erdkrümmung überwinden. Und wenn sie eine gewisse Entfernung von ihrem Ausgangshafen haben, dann verschwinden sie sozusagen hinter dem Horizont. Und das ist ein Beispiel für die Erdkrümmung. Das heißt, es sind nicht irgendwie Unterschiede in dem Schwerkraftfeld, sondern es sind konkrete Hinweise auf die Erdkrümmung, die wir erst dann merken können, wenn die Schiffe oder wenn andere Objekte eine gewisse Distanz zurückgelegt haben. Ein anderes Argument ist natürlich, wenn wir hoch genug fliegen mit dem Helikopter, mit dem Flugzeug oder auch vielleicht mit einer Rakete, dass wir dann die Erdkrümmung selber sehen können. Eine flache Erde hätte keine Erdkrümmung. Und wenn euch mal jemand blöd kommt und behauptet, die Erde sei flach, dann könnt ihr dieser Person mit jenen Argumenten begegnen, die schon Aristoteles vor über 2300 Jahren anführte, um zu beweisen, dass die Erde eine Kugelgestalt habe. So hat er zum Beispiel gesagt, dass Schiffe erst mit dem Mast am Horizont auftauchen, bevor sie dann schließlich komplett zu sehen sind. In südlichen Ländern erscheinen südliche Sternbilder höher über dem Horizont und der Erdschatten bei einer Mondfinsternis ist immer rund. Das sind natürlich überaus logische Argumente. Dieses Video hätte eigentlich gar nicht gemacht werden müssen, aber es gibt ja Leute da draußen, die wirklich daran glauben, dass die Erde flach ist. Und es gibt Leute, die noch überzeugt werden müssen. Und deswegen dachte ich mir, dass es besser sei, ein Video darüber zu machen, auch wenn wir hier über Offensichtlichkeit geredet haben und eigentlich jeder über diese Informationen Bescheid weiß. So, das war es mal wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.